Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Crash of the Titans. Ganz genau, im letzten Part waren wir hier angekommen. Wir haben Episode 6 abgeschlossen und die Rhino-Rolle und den Panzer-Fund kennengelernt. Das war mega geil. Und jetzt sind wir bei Episode 7, den Klauensturm. Das sieht interessant aus, was da vor uns wartet. Auf geht's. Oh, ach so. Juhu, juhu. Aha. Oh mein Gott. Magma-Wesen. Die Magma-Dons, ganz genau. Lava, bzw. Magma, macht die Nichts aus. Ja, Nichts. Oh Gott. Huuu. Nehmen wir sie. Oh je, stumps, stumps. Oh je. Was kriegen wir? X. Das war so übermächtig. Und Dreieck. Genau. Und wir können Lava laufen. Die tut uns jetzt nicht weh. Wow, machen wir viel schon. Wow. So. Alles klar. Noch mehr. Piecher. Die Böse. Vielleicht eine Grenze Reihe. Huuuuuuuuu. Einschlag. Oh je. Oh je. Oh je. Ist hier ein Speedboard? Ist hier irgendetwas Tolles? Kein Speedboard? Äh, ich sag kein Speedboard! Hör! Besieg ich mit einem Schlag! Weg! Weg! Und nun? Und nun? Und nun? Nein! Weiter! Oh mein Gott! Stood Leader! Stood Cortex-Tender! Warum bot er in Jakob? Das ist klar! Hurra! Oh Gott! Natürlich! Vielen Dank! Natürlich machen die uns aus! So viel Schaden! Sehr klar! So viel Schaden haben wir es teilen! Tja! Was ist das denn? Für uns? Das hat eine Kombo gemacht! Hier geht das! Oh! Gleich mit kaputt gemacht! Aha! Damit können wir den Bohrer besänftigen! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab so wenig Leben! Und ich musste ihn wirklich behalten! Oh Gott! Für diesen Speedboard! Ih! So weinen! Wenn man denkt das geht einfach durch! Ja! ich bin ein konzert ich bin es sich ausgült soviel ist okay 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 nicht okay oh Gott so knapp oh gar nicht okay weg und zack direkt direkt sag dich nein lass es nein 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 ich kann nicht dabei ihr seid zu böse na klar lass dich übernehmen was zum teufel nein jetzt nicht halt hä hä ich hab den Blocker ich hab den Block gemacht bitte wir sind so doll was ist das was ist das nicht was ist das geh weg oh Gott ich hab den Blocker mit der Blocker mit der Blocker Hilfe Gott weg weg ich sagte weg Junge oh Gott oh Gott jetzt war die die weg weg okay okay mach das kaput weg 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 Hey, 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 hey. Das ist ein Halt. Das ist ein Halt. Okay. Okay. Geh weg. Oh Gott. Nein, diese Lava können wir nicht. Mit denen macht man uns weiter, weil dann eine Eilberwand auftaucht. Soll ich das weiß. Ah. Instant death. Wie schön. Okay. Die Zahnräder bleiben aber da. Da saß aufgetaucht. Das ist der Lava. Ach, das klappt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum die Magna uns hier nicht hinkommen sollten. Das ist noch heiß, aber der Lava oder so. Wow. Du Lappen. Warum? Warum hat das denn nicht sein Glück durchgebrochen? Oh Leute. Oh. Das ist noch mal der Lava. Warum tut es das? Was soll das ein Halt hören? Das ist noch nicht. Ah. Oh Frau. Oh. ist jetzt zweimal machen ich krieg euch wirklich nicht stein oh man genau toll großartig weg oh Gott das ist kaputt ach Gott ach ach schön ich bin hier oh Gott Hilfe ich hab's wieder geschafft also weiter vorlaufen ok ich seh nischt äh i die sind das die sind die sind die sind die sind Okay, wir haben hier noch einen Tor hier. Wo ist er jetzt hin? Ja, ja, guten Abend! Woah! Okay. Da ist ja nichts. Tschüss. Ganz ehrlich, weg. Ich sehe immer noch nichts. Huch, ein Bandicoot. Huch, ein Bandicoot. Oh mein Gott. Geh weg. Geh weg. Hüpfer! Was soll der Dumpfung? Komm zurück! Ich hab dich. Oh Gott. Ähm, okay. Hä? Was ist hier? Ich sehe nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geht weg! Gebt mir das Ziel? Oh nein! Was gibt ihr mir jetzt? Crap! Ich bin wirklich ungehalten! Ich mach doch nur meinen Job! Und du verursacht mir so ein Chaos! Tut mir leid, aber ich muss dir das Gesicht verschandeln! Ja, das tut mir wirklich leid! Ich wünsch, das wäre eine Art Verständigung möglich! Und ich bin immer noch sauer wegen des letzten Spiels! Du hast mich nicht mal eingeladen! Das hat weh getan! Oh Gott! Okay, dann ist der Bus! Jetzt bin ich ein winziges bisschen besorgt! Aber ich glaube, ich kann dir immer noch das Herz lassen! Nein! Wenn ein zweiter dazu kommt, dann warst das... Oh Gott! Null! Nein! Das darf nicht wahr sein, Mann! Ich kann mich nicht bewegen! Das war's einfach! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Ha! Ganz ganz lang! Jetzt noch wasyy! Hm oh wenn... Gib sie! Komm, mach sie weg. Danke. Die Konzeptgrafik gib sie! Ähm... Die Lust. Nicht wieder dieses Pferdchenspiel! Befreit mich von ihm! Aaaaaah! So. So. Ich seh Crash! Da drüben! Äh... Äh... Okay Crash, jetzt bin ich ein winziges bisschen besorgt. Aber ich glaube, ich kann dir immer noch das Herz rausreißen. Okay. Ich kann an Missfallen kaum in Worte fassen. Ist das so... Oh... Klettopf. Okay. Ständig wechseln. Oh Gott! Komm schon! Was ist denn los? Oh nein! Das wäre echt toll! Oh nein! Oh nein! Könnten wir nicht... Oh je! Oh je! Wie? Ach, da sind sie! Okay! Okay! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Vielen Dank, dass ihr gekommen seid! Er hört sich so lächerlich an, ich habe ihn ernsthaft. Guck mal, haben wir Tiny Tiny Go? Jetzt bist du wirklich fällig! Die Typen hier haben nämlich den ersten Tag meine Motivationsmusik! Echt Unfair! Ist das so? Tschüss! Echt Unfair! Da ist der Panzerband! Da ist der Panzerband! Da ist der Panzerband! Nein! Weg! Du willst! Und jetzt... sind wir der Panzerband! Der Motorrad! Und jetzt bitte... Gib mir das Ziel! Ah! Hilfe! Ich habe echt Angst! Wo bin ich? Deine Böden! Um... 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 ich kann da nicht hoch leute ich hasse diese stellen ich kann nicht zurück was ist denn das ich muss nicht es nicht Ich brauche dich, du mein Güter. Äh, warum? Gut, wir warten. Keine Lust noch mal zu sterben hier. Bitte. Lade dich noch schneller auf. Danke, danke. Und danke. Ja, ich hau ab. Tschüss. Okay, das bleibt weg. Was war das da vorne? Ja klar, ich hab wenig Leben. Warum? Oh, geh weg. Warum gehst du nicht weg? Ah, danke. Boah. Ich hab echt Angst. Oh Gott. Boah, geh weg. Geh weg. Geh weg. Toi. Großartig. Verinnern dich. Please. Verste. groot Goten? Boatz. genau jede plattform sowas an reister wie oft denn noch...hört auf da nur uns ...instante alles von vorn Aber lass mich! Lass mich! Wieso Spaß? Bist du stärker? Keine Ahnung, weg hier! Ich sehe einen Scheiß! Oh Gott! Der braucht nur mal so lange! Es ist kein Panzerpfand mehr. Das heißt, ich brauche keinen mehr. Oh Gott! Ich dachte, die fallen jetzt nicht. Aber das kann nicht so schwer sein. Da ist er. Oh Gott, bitte, dass wir es geschafft haben. Stopp! Aufhören! Du bist einfach zu atemberaubend und fantastikös. Ehrlich, du bist einfach unglaublich. Ich frag dir, wo du hin musst. Nina hat Coco zu der Fabrik am Strand gebracht. Nina? Nina? Du meinst doch sicher Doktor Cortex, oder? Nein, Nina. Uka, Uka und Nina haben Cortex rausgeschmissen. Wir waren es leid, dass er ständig versagt. Das ist nicht gut, Crash. Nina ist schlauer, als es Cortex wie sein könnte. Ich bringe uns jetzt hin. Fertig, Crash? Ähm. Das ist mir sowas von egal. Aku Aku. Kannst du mir mal erklären, warum ... Könnte der das schon vorher ... uns dort hinbringen? Einfach hin teleportieren? schon vollgetan die mutter ausgang ist mir egal ganz ehrlich ich bin froh das muss wir haben es geschafft heute wir sehen uns beim nächsten mal wieder schaltet ein daumen hoch wenn es gefeiert meinung in die kommentare bis zum nächsten mal wissen